aber wir gucken uns jetzt was besseres an wir haben hier daily dose auf internet sollte jeden ein begriff sein das ist die legende im selten wie funktioniert das oder what the fuck ist das junge dass das ist nicht real das ist glaube ich nicht real wie kann er seinen mund so richtig machen oder wie viel sind das es sieht aus wie 12 es sieht aus wie drei big macs alter und das arme mädchen es gibt selbstfahrende taxen schon also taxis taxen glaube ich weiß nicht wie die mehrzahl ist lol ich weiß dass es selbstfahrende autos gibt so this is pretty crazy this guy missed his flight and started begging anyone on board to open the plane door he was eventually resten junge er will einfach im flugzeug was was am starten es will einfach rein bruder alles klar junge man der der müsse doch von security sofort sofort weggenommen werden keine hemmungen keine emotionen es dreht arbeiter gefahren erst dreht arbeiter gefahren ich hatte keine idee dass ein osterich könnte ahja be sicher wenn du ihn aufhörst 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 oh mein gott oh das sind schmerzen boah das sind schmerzen alter ihr könnt euch nicht vorstellen also wenn ihr wirklich sonnenbrand habt der so schlimm ist ihr könnt nicht liegen ihr könnt nichts anziehen ihr seid einfach ihr seid einfach hops genommen deswegen leute denkt dann wenn ihr irgendwo unterwegs seid wo es sehr warm ist benutzt und gräben was hat sie erwartet als jetzt mal ohne schlecht was hat sie erwartet oh nein vor mir ist ein licht und ich hau einfach nach oben die meine ganze sache oh mein gott licht oh nein hat sie nicht getan wow 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 oh shit alter junge die omas mit dem würde ich mich nicht anlegen die 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 versuchen die talahorns fertig zu machen die oma die omas sind bereit für die talahorns alter ich weiß nicht warum ich das so lustig finde es ist die sind die sehen fit aus die sehen echt fit aus was ist warum macht er das das sieht sehr komisch aus er hat in seinen mund geleckt wotter 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 die leichten miese sens 3 und ja aus alle s she sagt ich habe eine katze oder so wer von euch hat eine katze oder hund machen wir das wirklich das sind ja das sind träume ich glaube die die laufen dann in ihren träumen so es ist richtig süß aber ich weiß nicht ob du die dann aufwächst weißt du ob die nicht so ein schock bekommen oder wenn die albträume haben aber das ist das ist cool die haut aber alles weg in katze und nein er fliegt auf die fresse es ist so klar es gerade auch ein paar die ich habe mir keine ok es ist Bro, geht's dem Hund gut, Alter? Geht's dem Hund gut? Was passiert hier? Das muss doch irgendwo in Florida sein. Das muss irgendwo in Florida sein. Wo ist sonst ein fucking Alligator vor deinem Haustür? Erklär mir das mal. 100% die Florida-Man, Police Officer, grabs a Crocodile and rides it to the Rainbow Road oder so ein Scheiß. Wo noch was an dich? Oder der beißt deine Hand ab. What the fuck? I think this duck might be broken. Oder let it rip, Alter. Let it rip, Beyblade, Beyblade, let it rip. Er packt dich einfach durch. Er ist jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaub, Katzen, ich kann mir nicht vorstellen, wer ein chilligeres Leben hat. Katzen machen legit nix. Real Talk nichts. Die chillen zu Hause, kriegen Essen, trinken, werden gestreichelt, chillen den ganzen Tag einfach und haben eine richtig geile Zeit. Ein Spa-Day, Leute. Ein Spa-Day für die Katzen. It's always a good idea to have a spare drumstick. Okay, Alter. Wo ist er hingeflogen? Ja, Bro, also, also. Was? Bro, was? Was bin ich, was bin ich sehend? Was bin ich sehend? Ein Typ ist auf dem Fahrrad, fährt um einen Brunnen rum, und balanciert auf seinen Kopf ein Sofa. Bro, ich hab alles wieder gesehen. Ich hab heute, glaube ich, wieder alles gesehen. Wie funktioniert das? Die Zuschauer recordieren sich, zu einem wirklich trippigen Staircase. What the fuck ist diese Treppe? Ich will auch. Hey, ohne Scheiß. Ich glaub, als Kind wär das heftig. Als Kind wär das übelst heftig. Du gehst hier oben, ne? Und dann slidest du einfach so wie eine Rutsche. Ich glaub, als Erwachsener kann man immer noch so eine Rutsche benutzen. Das wär ein Kindheitstraum. Alter, Junge. Ist das, ist das Chucky? Oh, das ist doch nicht mal. Der hat doch keine Batterie. Oh, nein. Der Hut, Junge. What? Respekt, oder? Respekt, Alter. I'll see you guys again. I'll see you guys again.